Präsentiert von InDesignPodcast.de, Ihr ProfiCast für Layout und Design. Ziehen Sie mit dem Auswahlwerkzeug an einem Bild, ziehen Sie in Wirklichkeit einfach nur den Bildrahmen größer. Halten Sie dagegen alle Zusatztasten gedrückt, skaliert InDesign den Bildinhalt mit und Sie erhalten das Bild in der gewünschten neuen Größe. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Bilder in InDesign platzieren und skalieren können. Dafür haben wir hier verschiedene Platzhalter gewählt und ich rufe einfach mal den Tastenbefehl Apfel D oder Steuerung D auf und dann haben wir hier das Platzieren-Werkzeug. Nun wird dieses Bild 1 zu 1 in den Rahmen eingeladen. Das Bild wird also physikalisch in 100% dargestellt. Wenn ich mit der Taste A auf die Direktauswahl gehe und das Bild anklicke, dann sehen Sie hier oben in der Steuerungspalette, dass wir die Breite und Höhe jeweils angegeben haben und zwar in Millimetern. Das ist die physikalisch exakte Größe des Bildes, so wie es auch gespeichert wurde. In der Verknüpfen-Palette sehe ich, dass es sich hier um ein CMYK-Photoshop-Dokument handelt und hier haben wir die Darstellung PPI tatsächlich und PPI effektiv. Das bedeutet, dieses Dokument ist in 72 PPI angelegt und die jetzige Darstellung im Layout betrifft auch 72 PPI. Nun kann ich zunächst das Bild anpassen und zwar mit diesen einfachen Funktionen Rahmen proportional füllen. Damit wird sofort dieses Bild entsprechend dieser Ankerpunkte hier auch eingepasst. Nun gibt es aber auch die Möglichkeit, dass ich dieses Bild konkret skalieren kann. Dazu drücke ich hier einfach mal die Shift-Taste und ziehe hier an dieser Ecke. Und damit kann ich also das Bild vergrößern und verkleinern und Sie sehen sofort oben in der Steuerungspalette die physikalischen Maße, die dann hinterher bei rauskommen. Natürlich kann ich das auch um den Mittelpunkt machen. Doch hierzu muss ich ein anderes Werkzeug wählen. Das mache ich mit dem Transformieren-Werkzeug. Dieses Transformieren-Werkzeug funktioniert so, dass ich jetzt auch leichter in InDesign CS4 skalieren und drehen kann. Drehen funktioniert natürlich hier entweder nach vorgegebenen Winkeln mit der Shift-Taste oder ich kann das hier frei einpassen. Auch hier halte ich die Shift-Taste gedrückt, kann also proportional skalieren oder ich halte die Alt- und Shift-Taste gedrückt und kann aus der Mitte heraus skalieren. Das ist also eine sehr leichte Möglichkeit hier in InDesign damit zu arbeiten. Hier mache ich das nur mit dem Inhalt. Den Rahmen habe ich nun nicht skaliert. Wenn ich den wieder mit dem Tastenbefehl V anklicke, also mit der Auswahl, dann sehe ich, dass dieser Rahmen hier zunächst auf 100% steht. Klicke ich mit der Direktauswahl A in dieses Bild hinein, dann sehe ich den Vergrößerungsfaktor im Moment bei 9,4%. Das bedeutet, das Bild ist also sehr stark verkleinert. Nun können wir dem Rahmen ebenfalls eine Skalierung vorgeben. Dazu wähle ich den Rahmen so an und kann ihn ebenfalls natürlich mit der Shift-Taste proportional vergrößern. Dabei wird aber nur der Ausschnitt vergrößert, nicht aber das gesamte Bild. Also gehen wir nochmal zurück mit Apfel Z und wenn ich dazu die Apfel und die Shift-Taste drücke, kann ich das Bild insgesamt vergrößern oder verkleinern. Nun besitzt der Rahmen den Wert 100% nach wie vor und wenn ich nun mit der Direktauswahl A in diesen Rahmen hinein klicke, sehen wir, dass wir das Bild skaliert haben jetzt auf 11,8%. Wir sehen also, es gibt hier sehr viele Möglichkeiten in InDesign, Rahmen und Inhalt jeweils unabhängig voneinander zu vergrößern und zu verkleinern. Übrigens können Sie das natürlich auch noch mit jeweils Schritten machen von gewissen Prozenten. An dieser Stelle kann ich also zunächst den Ankerpunkt wählen, den habe ich hier links oben gewählt und dann markiere ich hier einfach diese Prozentzahl. Hier ist das Verkettensymbol aktiviert und nun gehe ich mit den Pfeiltasten einfach nur schrittweise nach oben und jeweils wird der Rahmen um ein Prozent vergrößert. Mit der Shift-Taste wird es um 10er Schritte vergrößert. Somit kann ich also auch einen Rahmen in ein Layout einpassen. Der Rahmen selbst wird dann immer wieder auf 100% zurückgesetzt. Der Inhalt ist jetzt allerdings deutlich vergrößert dargestellt in 37%. Die Auflösung entnehmen Sie dann hier wieder in der verknüpften Palette. Wir haben jetzt eine effektive Auflösung von 191 ppi. Das ist natürlich ein bisschen zu groß. Also kann ich den Rahmen wieder anwählen und das Ganze wieder schrittweise verkleinern, indem ich mit den Pfeiltasten nach unten gehe. Das ist also die Arbeitsweise zwischen Rahmen und platziertem Inhalt in InDesign.